Jetzt auf der B9, Wormsfahrt Richtung Ludwigshafen, 120er Bereich, vor uns der Audi deutlich zu schnell. Sind jetzt Höherausfahrt, Worms-Süd, Fluchtplatz, Messe? Gut. 164. Das Gefährliche an seiner Fahrweise war, dass auf der Strecke 120 erlaubt ist und dass auf der rechten Spur LKWs fahren mit 80 und dann überholt ein Auto das Normal fährt, das sich an die Geschwindigkeit hält mit 120, fährt auf die linke Spur und rechnet ja nicht damit, dass von hinten einer ankommt mit 170 oder 180. Auf den Temposünder kommt jetzt einiges zu. Nach Abzug der Toleranz war das jetzt 35 kmh schneller als erlaubt. Es gibt ein Bußgeld von 120 Euro, Gebühr kommt drauf von knapp 30 Euro, also etwa 150 Euro und ein Punkt, der zweieinhalb Jahre bestehen bleibt.